Hallo, grüßt euch. Heutiges philosophisches Thema ist, warum wir Michael Sandel, warum wir besorgt sein sollten, wenn alles mehr und mehr immer mehr käuflich wird. Das ist das heutige Thema. Und dazu referiere ich aus Michael Sandels Buch, Was man für Geld nicht kaufen kann, die moralischen Grenzen des Marktes, erschienen Berlin 2012. Ich gucke gerade mal, ich habe es doch als E-Book. Als E-Book. So, weglegen. Ich finde ein ganz interessantes Thema. Also, Sandel stellt in seinem Buch eine ganze Reihe von Praktiken dar, in dem der Markt traditionelle Wert und Normen zu untergraben beginnt und bei deren Schildern wohl tatsächlich dem Durchschnittsleser nicht so ganz wohl ist. Sei es, dass Wohlhabende mancher Orts, dass Schlange stehen, durch Sonderzahlung überspringen können oder Leute dafür bezahlen, dass sie sich für sie in die Schlange stellen, dass Geldanreize bisweilen in Bereiche eindringen, wo bisher ehrenamtliches, unentgeltliches Engagement für die Gemeinschaft herrschte, dass etwa drogenabhängigen Frauen von einer Organisation Geld angeboten wird, damit sie sich sterilisieren lassen und so keine drogenabhängigen Kinder mehr in die Welt setzen oder dass Lebensversicherungen an Dritte im großen Stil weitergehandelt werden, die so auf den möglichst frühzeitigen Tod derjenigen wetten, deren Police sie erstanden haben. Und natürlich die Werbung, mit der Kinder zum Teil schon in Schulen behelligt werden. Letztlich möchte der Autor durch seine teils drastischen Beispiele zu der Einsicht bringen, nein, ich wünsche es nicht, in einer Gemeinschaft zu leben, in der alles käuflich ist und es gibt Werte, die man für Geld nicht kaufen können sollte. Er bringt aber nicht nur seine drastischen gesellschaftlichen Beobachtungen einfach nur so vor, sondern versucht auch tatsächlich philosophisch-rationale Begründungen dafür zu finden, warum unser zunächst vielleicht nur unbestimmtes Gefühl, dass hier etwas nicht richtig ist, nicht grundlos ist. Zum einen das Argument der Gleichheit oder der Fairness. In einer Gesellschaft, so Sandell, in der alles käuflich ist, haben es Menschen mit bescheidenen, mit bescheidenen Mitteln schwerer, denn je mehr nur mit Geld zu haben ist, desto mehr fällt auch der Reichtum ins Gewicht. Dabei geht es jetzt aber nicht um Luxusgüter wie Yachten, Sportwagen und teure Immobilien, sondern um Güter wie politischen Einfluss, gute medizinische Versorgung, eine Wohnung in einer guten Wohngegend oder Zugang zu hervorragender Bildung. Dort, wo alles von Wert auch gekauft werden kann, macht nur noch allein der Besitz von Geld den Unterschied. Durch die zunehmende Kommerzialisierung wird die Kluft zwischen Arm und Reich größer, aber auch der Stachel der Ungleichheit wird weiter zugespitzt. Und nun zum zweiten Grund, warum wir nicht alles zur Handelsware machen sollten. Nach Sandell zersetzt der Markt tendenziell die Werte, Bekommen alle guten Dinge des Lebens einen Preis, können sie korrumpiert werden, denn Märkte teilen nicht nur Güter zu, sondern drücken auch bestimmte Einstellungen ihnen gegenüber aus und können diese verstärken. So füllt zwar etwa die Versteigerung von Studienplätzen erst einmal die Kassen der Universität, schmälert aber andererseits dessen Integrität und den Wert der dort erzielten Abschlüsse. Sandell stellt fest, dass wenn wir beschließen, bestimmte Güter zum Verkauf freizugeben, dann zeigen wir damit an, dass es in Ordnung ist, sie als Waren und Werkzeuge für Profit und Gebrauch zu behandeln. Doch damit werden nicht alle Güter angemessen bewertet. Als Beispiel nennt er etwa die Sklaverei, wo Menschen als Waren degradiert werden. Auch erlauben wir zum Beispiel nicht den Kinderhandel, denn dieser drückt eine falsche Art und Weise aus, Kinder wertzuschätzen. Sie sind keine Handelsware, sondern brauchen Liebe und Fürsorge. Ähnliches gilt ebenso zum Beispiel für Bürgerpflichten, die eine Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen ausdrücken. So geht es zum Beispiel gar nicht, seine Wahlstimme zu verkaufen. Das zeigt, dass manche Dinge herabgewürdigt und beschädigt werden, wenn man sie in Waren verwandelt. Wir müssen, so Sandell, also immer wieder darüber nachdenken, wie wir die fraglichen Güter zu bewerten haben. Dies sind also keine bloßen ökonomischen, sondern vielmehr moralisch und politische Fragen. Dabei drischt der Autor aber nicht nur auf den Markt ein, sondern stellt auch immer wieder die Wichtigkeit des Marktes für unser Wohlbefinden heraus. Und er weiß um die Dilemmata, die sich aus einem um sich greifenden Ökonomie ergeben können. Dass dadurch eben oft mehr Geld verfügbar wird, um auch öffentliche Einrichtungen, zum Beispiel durch Werbung, besser finanzieren und erhalten zu können. Aber immer wieder mit dem Menetekel, der Unfairness und Korrumpierung einhergehend. Der Autor hat seine Entscheidung getroffen. Wenn Wertminderung droht oder Menschen erpressbar gemacht werden, wenn also starke moralische Bedenklichkeiten offensichtlich sind, dann sollten wir uns gegen den Markt entscheiden. Das tun wir am besten, wenn wir für unsere Werte in der Öffentlichkeit auch einstehen und auch selbst nicht in der bloßen Sprache des Geldes verbleiben. Dabei stellt Sandel auch mehrere empirische Studien vor, die zeigen, dass geltliche Anreize manchmal regelrecht kontraproduktiv sein können. Darunter auch eine Studie aus Israel, die ich hier noch kurz vorstelle. Ausgangspunkt ist hier die Situation in einem Kindergarten, dass Eltern manchmal zu spät ihre Kinder abholen und die armen Erzieherinnen deswegen Überstunden machen müssen. In der Studie untersuchte man, was passiert, wenn die Eltern Strafzahlungen leisten müssen, wenn sie ihr Kind zu spät abholen. Wie wird sich die drohende Geldbuße wohl auf das Abholverhalten der Eltern auswirken? Aus ökonomischer Sicht scheint die Sache klar. Wenn Kosten bei zu spät abholen entstehen, sollte dieses negative Verhalten eigentlich durch die Geldbuße, sozusagen den negativen Anreiz, zurückgedrängt werden. Überraschenderweise waren die Studienergebnisse dazu aber konträr. Das zu spät abholen nahm nämlich nach Einführung der Geldbuße deutlich zu. Der Grund? Vorher schlug bei den Eltern immer das soziale Gewissen an, wenn sie schuldig geworden waren. Nun aber meinten sie eben, für ihr Fehlverhalten einen angemessenen Betrag beglichen zu haben und also für die zusätzliche Arbeitsbelastung eine ausreichende Vergütung geleistet zu haben. Aus der Sorge um das Gemeinwohl ist sozusagen eine bezahlte Dienstleistung geworden. Man hat dann versucht, durch Abschaffen der Strafgebühr den alten, besseren Zustand wiederherzustellen. Doch es zeigte sich, dass sich die Verhältnisse, die sozusagen durch geltliche Korrumpierung entstanden waren, sich nur wieder sehr zögerlich besserten. So, und das war auch schon das heutige Thema. Was ich vielleicht schon am Anfang hätte sagen können, Michael Sandl ist ein zeitgenössischer Philosoph, US-amerikanischer Philosoph. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viele gute Gedanken. Tschüss!